So, und weiter geht's. Das geht ja ratzfatz mit dem Cut. So, noch kurz was essen. Die Öfen sind ja gar nicht hier in Benutzung, das geht schon mal gar nicht. Ach ja, da wollten wir ja Stein reinpacken. Einmal, zweimal, dann lassen wir es mal wachsen. Dann gehen wir es mal runter. Dann sorgen wir erstmal dafür, dass wir noch ein paar schöne Sachen finden. Den Gang hatten wir ja glaube ich jetzt durch oder hatten wir den nicht durch? Ich glaube, der war jetzt fertig, ne? Ich vergiss das immer wieder, ich meine, der war fertig. Fackel dran. Gehen wir hier weiter. So, woher mache ich? Ich wollte ins Backpack. Ein paar Sachen da reinschmeißen, ich momentan nicht brauche. Das kommt da rein, das kommt da rein, das. Ich weiß, dass das den Bogen, worauf Pfeile brauchen war. Kann man auch drin lassen, den Eimer, den paalte ich mal lieber hier. Man weiß ja nie, wenn man anfängt zu brennen, ist das nicht gut. Rüstung, das gibt es sogar Rüstung. Ist ja interessant. Okay. Ich dachte, das gibt keine Rüstung. Okay, da oben ist nix. Hier hat das Licht ausgemacht. Ach Gott. Und direkt Kohle nehmen wir an. Perfekt. Und direkt Kohle nehmen wir an. Und wieder Kohle. So müsste man Diamanten finden. Oh, Redstone Outerfekt. Davon habe ich ja schon so viel. Ich werde später keine Probleme machen, wenn ich mal irgendwas mit dem Redstone machen will. Ich kann natürlich auch mittlerweile zu Blöcken zusammen machen, vor allem die Kohle. Das sehe ich auch mal ausprobieren, wie das aussieht. Wie kann man die eigentlich wieder zurück machen, wenn der Block ist? Weiß ich gar nicht. Aha, wir kommen dann zu einer Lava-Stelle sehe ich gerade. Ich würde da gleich wieder abrupt gestoppt werden bei dem Gang. Kann aber durchaus passieren. Jawohl, ach hier bin ich ja, alles klar. Da waren wir ja vorhin schon. Da fährt man das Wasser mit. Heule Witzka. Ja genau, ich könnte auch zu Obsidia machen. Ich bin auch blöd. Einfressene. Wir haben uns ja fast schon den Hals umgedreht hier. Das ist nicht nett. Meine Güte, der hat mir nur gefehlt, ey. Hier hat er noch abgenippelt, ey. Man sollte auch die Shift-Taste richtig festhalten. Trottel. Ich denke, dass die Rüstung uns ein kleines bisschen geschützt hat, obwohl ich nicht verstehe, dass Backpack-Rüstung gemacht hat. Aber das müsste ich mal nachlesen, ob man da wirklich Rüstung von gewünscht hat. Zumindest wird es so angezeichnet. Rüstung müsste ich mir eigentlich auch noch machen. Ich wollte dafür kein Eisenbeschwerden. Wenn ich wollte, dann eigentlich machen. Direkt was Diamant. Bis wir da genug zusammen haben, das dauert natürlich wieder noch Ewigkeit. Ich wollte dafür eigentlich gar keine anderen Materialien verstehen. Na gut, ich könnte natürlich auch mal das Leder machen. Ne, da habe ich ja genommen. Bisschen besser, ein bisschen Rüstung, dass gar keine Rüstung ist. Schauen wir mal, ob wir uns dann einmal eine Rüstung zulegen werden. War da oben gerade hell, oder? Habe ich mich mal angebildet. Da ist doch durch die Facule gekommen. Nichts wird zurückgelassen. Für der Zoo war das. Und weiter geht's. Immer schnurstracks geradeaus. Aha, hier haben wir schon mal was abgefarmt. Und es werden hier nicht die Cobblestone. Ja, wunderbar. Sag dir mein Inventar. Ach, ist doch noch hier nicht mehr Platz. Ja, hätte mir einer mal gesagt, dass ich so lange ein Spiel spiele. Ich hätte ihn verrückt erklärt. Aber Eingriff spiele ich mittlerweile schon. Ja, manchmal spiele ich das, ähm, eine gewisse Zeit nicht. Es ist wahrscheinlich, dass ich in meiner Woche nicht, nicht spiele. Aber schon seit, wenn ich immer zurückdenke, müssen schon locker zwei Jahre sein. Welches Computerspiel spielt man so lange? Ich weiß, ich wüsste keins, weil ich lange jetzt gespielt habe. Ob es jetzt, ja gut. Far Cry 3 habe ich auch ganz gerne gespielt. Der neue Tomb Raider war auch ganz nett. Obwohl er ein bisschen übertrieben bei Puncto Gewalt und sowas. Aber ansonsten fand ich das auch ganz gut. Aber dann spielst du einmal durch. Und dann ist der Wiederspielwert eigentlich nicht, nicht gegeben. Also die Quar S3, der war von der Grafik her auch verspielt. Hat eigentlich Spaß gemacht, kann ich mich auch nicht beklagen. Aber, dass ich das jetzt nochmal neu gezahlt habe. Ich hätte zwar nochmal neu angefangen, aber da habe ich das auch nur ganz kurz nochmal gespielt. Und dann war es das. Starkreft 2. Interessiert mich auch persönlich nur der Single-Player. Ja, hallo. Sonst interessiert mich da auch nichts von. Aber Minecraft. Verstehe ich, dass das halt wirklich so ein Hype ist. Dass man das wirklich spielen kann ohne Ende. Genauso spielt er auch so gut wie mit den Standard-Texturen. Hat er schon mal Texture-Packs ausprobiert. Aber die haben mir alle nicht so richtig gefallen. Ich habe jetzt hier nur eins drin. Hat auch auf Vanilla basiert. Aber dann die Bewegung da mit drin hat. Diese Animation. Oh, ich habe hier ein Slime. Irgendwo ist einer. Weil bis jetzt gefallen mir im Prinzip die Standard-Texturen immer noch am besten. Da kann man sagen, wenn man will. Die hat auch schon mal lange Zeit mit dem von Honeyball gespielt. Aber ich fühle mir dann doch später nicht mehr so richtig. Ja, und das halt Let's Play, was ich ja für mich selbst gemacht hatte. Was heißt selbst gemacht Let's Play? Ist ja, wenn man selbst spielt. Singleplayer. Auf jeden Fall, das habe ich ja dann später mit Mod-Zuch aufgemöbelt. Ja, dann kann man natürlich das Problem, wenn die nicht mehr geupdatet werden. Oder irgendwann mal nur, wenn die selber loskamen. Muss man ja darauf warten und mit den alten Versionen weiterspielen, damit man seine Welt weiterspielen kann. Darauf hatte ich dann jetzt später keinen Nerven mehr, da habe ich mir gedacht. Dann fängst du mal doch nochmal was Neues an. Oh nein, nur mit Mods. Die das so nicht verändern, das Spiel. Also wenn man jetzt nicht abgewertetet wird, dass das im Spielstand nichts ausmacht. Dass man dann einfach weiter zocken kann. Ohne darauf zu warten, dass wir nach Mods vielleicht doch nochmal abgewertet werden. Ah, da war noch was. Da habe ich mir was gedacht. Das Leibende geht mir auf Windows. Der muss irgendwo. Hier über uns sein. Aber dann werden wir ja später auch nochmal hinkommen. Ich will nachher nochmal irgendwo eine Gegend ausgucken, wo ich dann später anfangen werde, mich richtig niederzulassen. Weil das ist ja wie gesagt erstmal nur der Notbehelf. Bis wir genug Sachen zusammen haben, um was anfangen können zu bauen. Dann geht die Folge jetzt mittlerweile. Wüp, 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 wüp. Müssen auch schon wieder 15 Minuten sein. Das heißt, dann werden wir hier auch wieder einen kleinen Cut machen. Wir haben ja eigentlich immer nur so 15 bis maximal 20 Minuten halten. Mal länger. Und es dauert damit im Upload noch später zu lange. Wir haben ja eigentlich alle eine super Internetleitung wie die meisten anderen. Nehmen wir ja hier nochmal alle mit. Da war noch was Nehmen wir aber noch mal hin mit Na Ob dahinter auch noch was ist Nein, ist nichts Nehmen wir schnell zu Für Cobblestone braucht ihr kein Mensch Wir haben ja eigentlich vorgenommen Nichts in Cobblestone bauen Vielleicht nur gewisse Sachen, aber Eigentlich wollte ich das nicht tun Eigentlich wollte ich doch Das hier alles weg ist So, sammeln wir eben noch ein So, hier machen wir eben noch kurz einen Cut So, hier geht es um